So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man das bereits im Titel sehen kann, spiele ich nun seit 5 Jahren Minecraft. Und deshalb mache ich heute mal ein Video dazu. Ich wollte euch einfach mal einen Teil meiner MC-Zeit zeigen, weshalb ich jetzt einfach mal ein paar Screenshots, die ich noch so von damals habe, hier einblende und gegebenenfalls noch was dazu schreiben werde, was man dort sieht. Ich habe leider Anfang 2015 meinen MC-Ordner einmal komplett gelöscht, weshalb ich nur über Screenshots ab diesem Zeitpunkt zeigen kann. Das ist etwas blöd, aber ich habe halt damals einfach alles gelöscht. Ich wünsche euch trotzdem jetzt viel Spaß dabei und man sieht sich dann im nächsten Video. Bis dann. Tschau. 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 Das war's. 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 Das war's.